Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Linux. So, dieses Mal seht ihr, werden wir nicht nur mit der Kommandozeile arbeiten, aber eigentlich hauptsächlich auch. Ich wollte euch nur zeigen, und zwar wenn ihr was runterladet, dann steht hier manchmal so eine Checksum dabei. Das bedeutet, ihr könnt damit verifizieren, ob das auch tatsächlich die richtige Datei ist. Denn heute geht es ums Dateien installieren. Und das sollte man theoretisch machen, bevor man installiert. Deswegen, ja, prüft, ob ihr die richtige Datei heruntergeladen habt und nicht irgendwer alles abgefangen hat, indem ihr einfach sagt, okay, wir wollen folgendes tun. Wir wollen die Checksum überrechnen von der Datei, die wir heruntergeladen haben, in unserem Fall ABC. Ihr seht, ich habe ABC und Zeitgeist immer noch auf dem Rechner. Und das tun wir einfach, indem wir sagen SHA, übrigens war das auch hier angegeben, SHA-Sum und dann der Dateiname. Das ist eigentlich relativ easy. Also SHA und dann 1 oder auch nicht 1, je nachdem wie ihr wollt, SHA-Sum und dann den Dateinamen ABC. So, und das ist jetzt die Checksumme der ganzen Datei. Das heißt, ihr könnt das hier vergleichen mit der Datei, beziehungsweise mit dem, was im Internet angegeben ist, was die für eine Checksumme angeben. Dazu bietet es sich an, das Ganze in eine, Achtung, jetzt kommt es, andere Datei zu pipen, SHA-Sum of ABC. Und wir haben hier eine Checksumme von ABC. So, jetzt kopieren wir in eine andere Datei, zum Beispiel die SHA-Sum von, ja, von eurer Datei, von eurer Checksumme, die ihr aus dem Internet gezogen habt. Also sprich, da stand was dabei. Ihr kopiert den Teil hier und speichert den in der Datei. Okay, das wäre jetzt zum Beispiel, Moment, ich mache das kurz auf hier, kopiere das rüber und in Zeitgeist kommt es dann rein. So, und jetzt wollen wir vergleichen, denn wir wollen ja nichts mehr selber von Hand lesen, wir könnten uns ja verlesen, ob die beiden gleich sind. Und dazu gibt es das schöne Diff. Ja, man sollte nicht Enter drücken, bevor man fertig getippt hat. Diff und dann sagen wir, okay, wir wollen die SHA-Sum auf ABC und den Zeitgeist vergleichen. So, und jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen. Das bedeutet, es gibt keine unterschiedlichen Zeilen in Zeitgeist und SHA-Sum auf ABC. Macht ja auch Sinn, denn ich habe gerade eben alles reinkopiert. Wenn ich jetzt hier noch irgendwas anderes hätte, zum Beispiel eine 3 statt dieser 2 hier, und ich würde das laufen lassen, dann hätte ich in der Datei, in der ersten Datei das hier und in der zweiten Datei das hier. Okay, das heißt, wenn ihr das so macht und ihr seht danach nichts, also das, was wir zuerst gesehen haben, nämlich nichts, dann sind die beiden Checksum korrekt und ihr müsstet einfach gar nichts vergleichen. Also von Hand wirklich vergleichen, das hat der Rechner für euch gemacht. Ist ja auch angenehmer irgendwie. So, das zweite ist, wie man Sachen installiert. Und das tut man, indem man schreibt apt-get und dann einfach install und das, was ihr installieren wollt. Also zum Beispiel, ich habe hier was rausgesucht, brauchen wir hier zuerst einmal git. Git ist auf den meisten Rechnern schon vorinstalliert und dieses minus y brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Also wollen wir hier direkt git installieren und ja, es ist schon da, deswegen brauchen wir es nicht machen. Aber so installiert ihr rein theoretisch Software, die in eurem Betriebssystem vorhanden ist, also vorhanden sein kann. Und ja, wenn ihr dann mal Software von GitHub runterladet, dann braucht ihr noch was anderes, nämlich git clone. Und das steht meistens so eigentlich da, deswegen ist es relativ langweilig. Aber ja, git clone ist auch nicht ganz uninteressant. Das heißt, wir wollten eigentlich hier mal das Ganze kopieren und einfach einfügen. Der Befehl ist einfach git clone und dann sehen wir diese Adresse hier oben. Also wenn ihr irgendwo mal ein git repository irgendwie haben wollt. Ach, da hat sich gerade mal wieder mein Firefox getarnt. Okay, sagen wir git und dann clone und dann das Repository einfach kopieren und einfügen und fertig. So, jetzt laden wir das runter und es wird automatisch gedownloadet mit ziemlich viel Geschwindigkeit, nicht. Und ja, danach zeige ich euch, wie man das Ganze entpackt. Hier ist es jetzt übrigens gerade Vale Evasion, das werden wir noch benutzen. Ist ein ziemlich cooles Teil. Und ja, beziehungsweise je nachdem, wann ich das Video hier hochlade, haben wir es schon benutzt. Hm, das ist witzig. Ähm, ja, witzig zeigen. Also aktuell sehen wir, dass wir hier noch nichts sehen, weil es noch am Runterladen ist. Deswegen pausiere ich euch mal, weil ich gerade relativ gar keinen Speed habe. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt heißt es, ich bin Batman. Ähm, weil dieses Tool macht uns wunderbar unsichtbar. Aber das zeige ich euch mal anders und auch nicht in dieser Serie. Ähm, aber was auch noch wichtig ist, wir hätten es eigentlich gar nicht runterladen müssen, weil Vale Evasion ist mittlerweile ganz normal für Kali, Linux und der AppGet verfügbar. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das Ganze mit Git funktioniert. So. Ähm, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Und zwar, okay, in dem Fall haben wir es leider nicht. Aber oftmals sind Dateien irgendwie komprimiert. Das macht ja auch irgendwie Sinn, denn Dateien können groß werden. Und zu diesem Zweck gibt es TAR. Ähm, TAR ist folgendes. Ähm, TAR Help. Genau, hier kann man sich auch wunderbar anzeigen lassen, was man machen soll. Ähm, aber ich erkläre euch das natürlich. Das braucht ihr euch nicht selber durchlesen, ihr habt ja mich. So. Ähm, und zwar folgendes. Wir haben TAR. Und das kann für uns eine Datei komprimieren oder wieder entpacken. Und komprimieren geht ganz einfach mit COMPRESS VF. Und dann sagen wir einfach mal, ich hätte gerne, hm, äh, wie möchte ich die Datei nennen? Naja, sagen wir, ich hätte gerne, ähm, MixMe als Datei. Und dann möchte ich folgendes drin haben. So, zum Beispiel hätte ich gerne ein, ähm, ABC. Also die Datei ABC hätte ich gerne drin. Ich hätte gerne Zeitgeist drin. Und logischerweise auch die Checksumme von ABC. Gut, und wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann wird mir eine Datei erstellt, die das alles zusammenfasst. So kann man Dateien quasi zusammenfassen. Ähm, mit C, VFC steht übrigens nicht für Compress, sondern eigentlich für Create. Dafür, dass wir so ein TAR-Archiv kreieren wollen. V steht für verbose, das brauche ich eigentlich nicht zu interessieren. Und F für den File-Input MixMe. Ähm, genau. So, wenn wir das alles jetzt wieder entpacken wollen, dann machen wir folgendes. Wir sagen TAR und dann sagen wir einfach XVF. X steht dabei für Extract. VF ist immer noch dasselbe. Und wir geben hier einfach ein, okay, wir hätten gerne MixMe als Datei-Input. Ähm, normalerweise macht man übrigens für die Archive eine Punkt-TAR-Endung. Aber in Linux sind Endungen nicht ganz so wichtig. Ähm, so. Und jetzt haben wir das Ganze entpackt. Und alle sind wunderbar glücklich. Und wir haben diese Dateien in den selben Ordner entpackt. Deswegen hat es uns quasi nichts gebracht. Aber trotzdem wissen wir jetzt, wie wir entpacken und vor allem wie wir packen können. Beziehungsweise entpacken ist eigentlich sogar wichtiger. Und ähm, dann müssen wir nur noch hier Sachen installieren. So, und Sachen installieren tun wir einfach so, wie es immer angegeben ist. Das heißt, meistens müsst ihr irgendwie Sachen runterladen von Git. Also wenn es nicht über apt-get geht, also über apt-get. Wenn ihr es da drüber nicht findet, dann müsst ihr die Sachen über Git runterladen normalerweise. Und dann haben die, sind die entweder schon entpackt oder ihr müsst sie entpacken. Und dann haben die irgendwo eine Readme-Datei und da steht drin, wie man sie entpackt. Gut. Ähm, nicht entpackt, wie man sie installiert. Gut. Das ist also so viel zur Software-Installation. Was man da alles machen muss und was man dafür alles können sollte. Von dem her, ja. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und das war es auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.